Guten Morgen. Gibt es ein Problem, Frau Zirzemeier? Kein Bürgermeister. Also ja, es müsste kein Problem geben, wenn Frau Teppich hier ein klitzekleines Opfer bringen würde, um in Kreisfelden bleiben zu können. Steu ich schulden. Verstehe. Nun, erst einmal willkommen in Kreisfelden, mein Gutes. Guten Tag, Herr Bürgermeister. Umzugskosten, neue Anschaffung, das Begrüßungsgeld. Begrüßungsgeld, aber... Ja, das müssen Sie auch noch zahlen. Das sind natürlich alles Kosten. Ich wäre durchaus bereit, Ihnen ein hübsches Sümmchen für den Blutsplitter zu zahlen.